Hallo, ich zeige euch hier die 2 Euro Münze vom Vatikan, die Schweizer Karte. Der Blister ist silberfarben. Dann habt ihr hier wieder inne die ganzen technischen Daten zu der Münze. Und hier ist dann das Motiv. Da sieht man halt den Schweizer Karte-Soldat. Das ist meines Erachtens einer der schönsten Motive von den Vatikan-Münzen. Dann zeige ich euch natürlich logischerweise die Rückseite. Die wird etwas langweilig. Das ist die Rückseite. Ja, warum langweilig? Weil sie halt aussieht wie jedes 2 Euro Stück. Das ist halt so vorgegeben. Ja, das war jetzt die 2 Euro Münze von 2006. Schweizer Karte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.